Auch Überpronierer kommen jetzt in den Genuss der innovativen Boost Zwischensohlentechnologie von Adidas. Mit dem REF Energy Boost bringt Adidas einen Schuh auf die Laufstrecke, der die Boost Dämpfungstechnologie mit einer Pronationsstütze kombiniert. Das atmungsaktive Sandwich Mesh im Obermaterial hält deinen Fuß angenehm trocken. Für einen sicheren Halt im Schuh sorgen die Fersenkappe und der Sattel im Mittelfußbereich. Beides passt sich individuell deiner Fußform an. Das Boost Material kommt im Vorfuß und unter der Ferse zum Einsatz und ist in das EVA Zwischensohlmaterial integriert. In Kombination mit der angepassten Torsionsmittelfußbrücke stabilisiert dich der REF Energy in der Abrollbewegung genau dann, wenn dein Fuß dazu tendiert zu stark nach innen einzuknicken. So genießt du auf deinen Läufen den Komfort des Boost Systems mit moderater Unterstützung. Die Außensohle mit AdiWear-Technologie ist abriebfest und gibt dir einen guten Grip. Läufer mit der leichten Tendenz zur Überpronation werden den Adidas REF Energy Boost zu schätzen wissen. Du bekommst ihn in deiner Runners Point Filiale oder direkt hier im Onlineshop unter